zack 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 so das ist ja noch darüber machen wir mal so dann habe ich jetzt eigentlich habe 36 anfang den vierten an ich glaube danach konnte ich mich dann erstmal zurückziehen oder ausziehen nein ich möchte keinen nackten ich möchte keinen nackten eisbeeren sehen wie denkst du eigentlich darüber dass die ganzen tiere in zoos nackt sind und nicht angezogen sind das ist eine unverschämtheit sag ich dir das ist also wenn jedes mal den zugehe ich fühle mich einfach belästigt richtig finde ich nämlich auch das ist total also ich weiß nicht da muss man unbedingt mal der regierung was sagen kann nicht so weitergehen dass man in diesen heiligen landen einfach so was ertragen muss schrecklich aua da tat mir meine eigene dummheit weh geronimo op wäre es wenn ich mir wenn ich wenn ich mit dem boot bauen würde würde ich ein bisschen stelle herum kommen ich habe ja heute kein diamanten glück robl ich komme nach hause Ich glaube, ich brauche bei mir ein paar mehr Öfen. Ich habe Gold gefunden. Boah, geil. Das ist noch mehr Eisen. Du hast da Eisen übersehen. Von Dreadstone. Das brauchen wir momentan unbedingt. Ja, habe ich ja nur drei Stacks von. Die ich gefarmt habe irgendwie. Ich auch. Ach, du hast auch so viel gefunden, oder was? Nö, zwei Stacks in deiner Küste sind ja von mir. Ja, und ich habe irgendwie nochmal drei Stacks. Achso, lol. Wenn das auf dem Weg liegt, nehme ich das mit. Weil es ist rot. Rot. Ich mag kein Rot. Alles, was rot ist, ist blöd. Und jeder, der rot mag, den mag ich auch nicht. Richtig. Mach's gut, Hamster. Die mag ich sowieso nicht. Die ist voll blöd. Ja. Ich mag die nett. Ähm, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und, äh. Oh, Diamanten. Oh, geil. Jetzt kannst du dir den Titel schreiben, dass du Diamanten gefunden hast. Ja. Geil. 2. Ernsthaft. Oh, da haben wir noch welche Clip gehabt. Ey, 2, die reichen nicht mehr für eine Diamantspitze. Aber wir haben ja mal ein Schwert. Ja, stimmt. Hast du recht. Mal noch, ob hier irgendwo anders noch welche sind. Oder ob es das jetzt war. So, 4 Stacks Sand verbrennen. So, das war's. 4 Stück. So, Folgen. So, Folgenziel erfüllt. Dann können wir ja Schluss machen. Richtig. Das war's mit Minecraft D. Wir haben unser Zähler erreicht. 4 Diamanten. Hashtag Wirf. Naja, ich weiß nicht. Was hältst du eigentlich davon, den Enderdrachen besiegen zu wollen? Den Enderdrachen? Ich hab das noch nicht mal am Creative Modus geschafft. Er hat einfach mein Leben gefickt. Nee, man könnte es anschreiben, ob wir das schaffen und einhalten, ist eine andere Sache. Wir werden's versuchen. Mal schauen, wie weit wir kommen hier. Das Problem ist, dass er in dieser Welt schon besiegt wurde. Es gibt den nicht mehr. Ach, scheiße. Ja. Easy. Soviel dazu. Gut. Ziel erreicht. Das war's mit dem Projekt. Nehmen Lapis auch einfach mal mit wahr. Lapis Lazzoli. Schnauze da draußen, böle Tauben. Wann ist das gar nicht, dass wir Lüge rücken oder so? Rumpo knurrt Eisberg an, genau. Tauben an. Rumpo, wenn ich mit dir in den Zoo gehe, knurrst du dann die anderen Eisberg an? Aber natürlich. Gut. Es funktioniert. Man konnte Bögen nicht reparieren, ne? Mal Vanilla. Ähm, ich glaube nicht. Schade, hab ich Spinnenweben. Ich glaube dich. Nee, hast du Spinnenweben? Ja, in meiner Kiste. Also in einer der beiden Kisten, ich weiß nicht in welcher. Ey. Ente? Ente? Ente bist du überhaupt zu Hause? Nee, ne? Nein. Bin immer noch im Stripmine. Und ich habe hier gerade so einen schönen Laufen, finde ich so viele schöne Ärzte. Da wollte ich jetzt hier noch nicht raus. Na ja, ich würde mittlerweile auch sagen, eigentlich, ja, hey, lass uns mehr Folgen machen. Also das war jeden Tag eine bringen. Allerdings weiß ich nicht, wie das wird ab nächster Woche. Also für euch ist das dann schon lange vergangen. Ähm, mit Schule und so. Bei mir. Weil, bei mir ist es eben so, dass meine Schule, also ich wohne ja im Harz in Sachsen-Anhalt. Und meine Schule ist in Leipzig. Meine andere Schule ist hier im Nachbarort. Da, wo ich dann öfters mal hin muss. So, der in Leipzig muss ich nur alle zwei, drei Monate für zwei Wochen. Ähm, allerdings, ja trotzdem, schon ein Stückchen. Ja gut, dann lassen wir es mal bei der Abfolgenanzeite, die wir momentan haben. Richtig, denke ich auch. Bevor wir nachher sagen, hey, jeden Tag kommt ein Partner und dann kommt einfach mal ein, zwei Wochen nichts, weil, warum? Ja, ähm, da müssen wir halt, da muss das wirklich abgepasst werden, wenn ich nämlich weiß, okay, ich habe jetzt nächste Woche und übernächste Woche und übernächste Woche Schule. Da kann ich nichts produzieren und ich, ähm, komme nur am Wochenende runter und, äh, habe da auch nicht wirklich Lust, dann was aufzunehmen. Das dann einfach vorproduziert wird, vorher. Das war einfach mal einen Abend, sagen, okay, komm, wir nehmen jetzt vier Stunden auf. Machen unsere, äh, vier Stunden, das wären, äh, äh, drei, sechs, neun, zwölf Folgen. Du weißt noch, du weißt noch, wie ich mich auf die Suche nach Sand gemacht habe? Ja. Ähm, wenn du aus meinem Zimmer, aus meiner Wohnung rausguckst, siehst du, siehst du einmal, siehst du so eine kleine Insel. Dahinter ist eine Riesenwüste. Geil. Oh, guck mal, Zuckerrohr. Wie verlasse ich ein Schiff? Hm? Was? Wie verlasse ich ein Schiff? Äh, mit Schiff. Ah, cool. Ich habe es gerade vergessen. Kein Problem, da war es ja eine Ente dabei. Ente, 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 Ente. Guck mal, da ist ein Enderman. Äh, äh, kacktussen. Was? Du hast was gegen Tussen? Ja, ich hasse Tussen. Vor allem haben sie die. Voll die Tussen. Ja, definitiv. Vor allem die. Ohne Scheiß, wenn, wenn ich die höre, na, ich muss kotzen. Ey, es ist so ekelhaft immer wieder. Ja, total. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, dass sowas lebt. Ja, 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 ja. So, wie war das nochmal mit Hatern? Nein, Hamstie ist ganz toll. Ich habe sie mega lieb. Ja, wir haben nur was gegen Hamster, nicht gegen Hamster. Hm. Hm, ich lasse es mal unkommentiert. Hm, es geht mit dem Boot ja wirklich schneller. Ui, also, ja, klar, dass es schneller geht, aber es... Ich habe nichts gesagt. Alter, könnt ihr mal leise draußen mal an der Straße vorbeifahren? Das ist laut. Ja, krass. Äh, ich habe keine Eisenspitzehacke mehr. Du musst deinen Steg mal verkleinern. Man kann da mit dem Schiff nicht ranfahren. Also, ranfahren schon, aber... Es bringt einem nichts. Ach so, wegen, ja. Ja, man könnte mal eine extra Anlegestelle machen. Ups. Ich habe mal eine Anlegestelle. Miau. Ja, ja. Nein, 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 nein. Hm. Gut, okay. Ähm, die Kobbels lasse ich mal hier unten. Ja. Das und das nehme ich mit. Dann schwimmen halt weg, Chef, mir doch egal. Wie das aussieht. Wobbel, wobbel, wobbel. So, ich habe 16 Zuckerrohr und 5 Kakteen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Guck gerade, dass ich immer sortiere, was ich alles habe. Ich bin OP, ne? Hm. Ich hole mir Sand, um eine Sandterrasse zu bauen und verbrate alles zu Glas. Ist schon irgendwie doof. Ich glaube auch nur ich. Gut, ähm, Glasprobleme werden wir nicht mehr haben. Ich habe dreieinhalb Stacks Glas. Oh mein Gott. Ach man. Ja, dreieinviertel Stacks. So. Ja, ab der nächsten Session gibt es wahrscheinlich dann auch, ähm, ein kleines neues Feature, was ich hier bei mir jetzt an meiner Wand hängen habe. Ähm. Ein Feature. Ja, ein Feature. Das ist kein Feature. Ein Feature, Pupicha. Ja. Äh, ich habe jetzt nämlich was Schönes. Das ist dann aber erst ab nächster Folge, weil, äh, jetzt nicht, weil, äh, hässlich. Also ich. Also das eh, aber, ähm, ja. So, Ausbeute des Tages. Was habe ich alles bekommen? Ich habe jetzt insgesamt in meiner Kiste, ähm, Moment. Ich muss mal hier auflegen alles. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. Sechs, ein halb, fast sechseinhalb Stacks Redstone. Hm. Achtzehn Gold. Nochmal neun Eisenohre. Hier habe ich nochmal. Siebzehn Eisen. Vier Diamanten. Die werde ich jetzt zu einer Spitzsacke machen. Den einen lasse ich mal hier drin liegen. Ähm. Verdammt viel Kohle. Ne. Nochmal drei Stacks Kohle. Und noch ein bisschen Lapis. Und ich da noch drauf packen. Joa. Pilze habe ich auch. In der Hose. In der Hose. Also. Das war unklug. Da kriegt man sofort vier Schüsseln raus. Ach du wolltest du noch einen Weg hier hin bauen, ne? Ja. Warte. Und gleich. Ja, das ist unklug. Die Felder würde ich eher oben lassen. Aber ich habe das Zuckerrohr jetzt erstmal hierhin gemacht. Ja, erstmal so. Rompus, Schatzi. Ich habe dir was zu essen gekauft. Ah. Was hast du mitgebracht? Wie viel habe ich denn? Ich kann dir zwei Stück geben. Ah. Danke schön. Bitte. Pilz Ragu. Hast du aber nicht aus deinen Pilzen gemacht, oder? Nee. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die restlichen Schüsseln bringe ich mal in den Abwasch. Fußpilzsuppe. Restliche Schüssel geben in den Abwasch. Ich meine ins Meer. Ja, abwaschen. Also, sauber ist es, ne? Ja. Oh, oh. TG. Yeah. Oh, apropos TG. Rumpel, 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 rumpel. Guck mal, was ich hier habe. Geil, ne Hose. Ja, ist voll geilig. Ja, ist voll geilig. Au. Nee. Scheiße, du hast ne Wand. Ah, ne Wand, oh mein Gott. Mein natürlicher Feind. Ich fliehe mit meinem Boot. Tschüss. Mein Boot ist gerade kaputt gegangen. Fahr los. Ich werde dich kriegen. Du elender Räuber, du wirst mir nicht entfliehen. Wo ist der hin? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Wo ist der hin? Ja. 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 Schon gut. Ich kann auch still sein. Ente. Ich hab die Schlucken gehört. Jetzt ist er auf Toilette gegangen. What the fuck? Was ist denn jetzt? Dass du dich nicht gesehen hast. Alter. War schön. Wieso? Ach, nur so. Wo bist du denn? Wo bist du jetzt hin? Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Tja. Tja. Das würdest du jetzt gerne wissen, wa? Mhm. Scheiße, ich hatte im Stickmodus meine Türen mehr aufmachen. Richtig. Scheiße. Ah, da bist du. Scheiße. Gerade in die Richtung habe ich geguckt. Ups. Was sich da beim Schwein versteckt, oder was? Ich meine, klar, da würde ich dich hier erkennen. Da bist du ja natürlich verdeckt. Passt dich ja sehr gut an den Schwein. Ja. Ja, ja, sowieso. So, ich würde aber sagen, du sagst mir jetzt, wo du bist, weil wir... ...langsam bleiben. Nein, nein, du musst mich erst finden. Also, ich bin definitiv an unseren Gebäuden. Und so. Weil es auch so klein hier ist. Und ich bin auch nicht... Ich bin nicht im Minenschacht. Äh, äh, äh. Du bist also im Minenschacht. Aua. Nö. Ich boykottiere. Puh. Nö. Ich seh deinen Namen. Bist du im Wasser? Ich trinke jetzt. Ich hoffe, du bist zufrieden. Nein, du stehst auf dem Boot. Ich hab dich gesehen. Scheiße. Ich seh dich. Das ist aber toll für dich. Ompa. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ompa. Ich bin dein Gewissen. Ich stand die ganze Zeit hier. Und du hast von da oben auf das Boot geguckt. Und du sagst mir so. What the fuck? Ich bin nicht. Alter. Das kommt sicher geil, wenn man die Folgen nebeneinander herguckt. Scheiße. Loup. Ente geht unter. Ente auf Tauchgoes. Alter, ist das tief hier. Leck mich am Arsch. Scheiße, wir sind nach oben. Scheiße, wir sind nach oben. Ah, 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 ah. Bleib im Wasser. Au. Au. Scheiße. Oh, ich soll hier nicht springen, glaube ich. Oder geht das kaputt? Nein. Und jetzt. Plopp, 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 plopp. Ich hab in deine Bude gekackt. Äh. Naja, mach das in die Dachtschicht sauber. Ja. Oder auch nicht. Lassen Sie mal tief. Aua. Au. Au. Bitte nicht schlagen. Zwei Schläge könnten mich töten. Warte mal. Eins. Nein. Nicht eins. Ich esse noch eine Suppe. Moment. Eins. So, warte. Abwasch. Eins. Zwei. Ja, Leute. Ähm. Waren zwei interessante Folgen. Ich will mal kurz strecken. Oh, ich bin müde. Waren zwei schöne Folgen. Wow, Minecraft. Weißt du, wie man ein Minecraft-Schiff zum sinken bringt? Bin runter. Oh, nein. Ich habe keinen Ort. Ich nehme jetzt aber das Holz. Ähm. Wenn dir die Folgen gefallen hat, dann gib uns doch eine Bewertung und vielleicht noch einen Kommentar. Wird uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Minecraft-Deeb. Ähm. Dieb. Minecraft-Deeb. Du hast einen Schwein auf deinem... Ich weiß. Das ist da schon seit der... Seit der... Ja. ...ersten Aufnahme-Folge, diese... Genau. Ähm. Ich frag mich nicht, wie er das überlebt. Ich glaube, er ist ein Herzig von Dreck. Eine dreckige Sau. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich baue Rompels ein, damit er bis zur nächsten Folge nicht abhaut. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Warte, ich muss hier noch einen. Guck doch. Uhu. Äh. Aua, nein. Oh. Ein, zwei. Tänfer. Warte. Nicht einsammeln. Nein, nein, nein. Der Winter... Das war ein Dobi, den ich hier supporten. Warte, ich muss mich rauskramen. Nein, nicht. Warte, gehst du nicht rum? Nein. So, jetzt kannst du dich aborten. Äh. Ja, ich muss mich rauskramen. 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 Ja, ich muss mich rauskramen.